Wusstest du, dass du in HeyFlow mittels bedingter Anzeige genau definieren kannst, welche Elemente deines Flows nur auf dem Desktop sichtbar sind und welche nur auf dem Smartphone oder auf Blöcke sogar auf Smartphone und Desktop sichtbar sind? Schau dir dieses Video an, in dem ich dir zeige, wie du bedingte Anzeige genau in HeyFlow nutzt. Mein Name ist Samir und willkommen bei HeyFlow! Was uns durchaus helfen kann, ist natürlich die bedingte Anzeige einzusetzen, wenn wir möchten, dass die Experience auf Desktop eine andere ist als auf mobilen Endgeräten. Wir können beispielsweise sagen oder natürlich definieren, dass dieses Bild nicht angezeigt werden soll, wenn jemand über ein mobiles Endgerät auf uns in Flow zugreift. Das wäre ein möglicher guter Grund. Und es dauert relativ lange, bis jetzt eben hier diese Person in diesem Social Recruiting Flow erfährt, was uns wirklich ausmacht als Arbeitgeber. Insofern wäre natürlich auch eine Überlegung, ob dieses Bild zu verzichten oder ein anderes anzuzeigen. Wie würden wir das machen? Wie immer klicken wir natürlich ein entsprechendes Element unseres Flows an, das wir ändern möchten. In diesem Fall natürlich das Bild. Jetzt habe ich hier unten verschiedene Einstellungsmöglichkeiten unter Aussehen. Und zwar kann ich hier die Sichtbarkeit festlegen. Jetzt gerade wird mir angezeigt, dass auf allen Fenstergrößen, das heißt egal ob mobiles Endgerät oder auf Desktop, immer dieses Bild angezeigt wird. So, möchte ich das jetzt nicht mehr mobil anzeigen, dann würde ich selbstverständlich nur auf Bestop anzeigen klicken. Hier sehen wir jetzt natürlich noch keine Änderung, aber wir sehen jetzt hier schon mal den Verweis und könnten jetzt eben auch hier einmal angucken, wie würde es sonst aussehen. Und hier haben wir natürlich dann direkt in unserer Preview, also in dem Entwurf, die Änderung angezeigt und sofort reflektiert. Ja, das ist bedingte Anzeige in HeyFlow. Ich kann das natürlich für sämtliche Blöcke einstellen. Ich kann natürlich auch genauso. In diesem Fall macht es natürlich nicht viel Sinn. Ich könnte aber natürlich auch für einen Überschriftenblock definieren. Im Bereich Aussehen, ja, Sichtbarkeit, bitte nur mobil anzeigen oder bitte nur auf Desktop anzeigen. Naja, würde ich das jetzt einfach mal machen, nur mobil anzeigen und mir mal angucken, wie sieht der Flow auf Desktop aus. Dann würde ich feststellen, die Unterschrift, die Überschrift ist jetzt hier weg. Genau, soviel zum Thema bedingte Anzeige in HeyFlow. Ich hoffe, das hat geholfen. Bei Fragen wende dich gerne an uns und viel Spaß beim Bauen. Bis dann. Bis dann.